Dieses Video ist als Scherz zu verstehen. Hallo! Als Content Creator versuche ich natürlich stets das zu bringen an Inhalten, was die Community sich wünscht. Und zwischendrin gab es die Frage, was wünschen die sich eigentlich? Also habe ich nachgeforscht. Es bestand ein gewisses Interesse an Eistee. Und dann ist mir aufgefallen, das Trinken ist gar nicht so einfach. Okay, pass auf. Lass mich dir das nochmal Schritt für Schritt zeigen. Man nimmt die Flasche, Deckel sind überbewertet und dann haut man sich das ins Auge? Ne, warte, das war falsch. Ich kann es nicht reproduzieren. Ich muss das später nochmal nachrecherchieren, wie das geht. Es herrscht ja viel Verböchung, wie das funktioniert. Und selbst ich musste nochmal recherchieren. Die Beschaffung des Eistees würde den Rahmen des Videos sprengen. Deswegen konzentrieren wir uns hier nur auf das Konsumieren. Damit wirklich nichts schief geht, haltet euch exakt an meiner Anweisung. Also, man nehme sich eine Eisteeflasche und dann schraubt man sie auf. Man öffnet die Flasche. Dann, ganz wichtig, öffnet man den Mund. Und nun exakt so. Oh! Oh! Ah, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist so schön. Wenn ihr keinen Fehler bei dem Eistee-Konsum gemacht habt und so einen Liter getrunken habt, dann könnt ihr erst mal eine 6 Stunden Pause einlegen und das Ganze wiederholen. Die Flasche, die könnt ihr einfach entsorgen. Wow.